Hallo Freunde und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, heute zeige ich euch meine diesjährige Valentinstags-Deko. Ich weiß, dass es noch ein paar Tage bis dahin sind, aber ich habe gedacht, ich mache das einfach jetzt heute schon mal fertig. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß in meinem neuen Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und bis dann. Tschüss.